ich denke mal jetzt beginnt schon der letzte abschnitt wir werden gegen richtung des letzten gegners gehen nicht jetzt wenn wir auf jeden fall noch viel weiter machen damit auf jeden fall auch was passieren und ja dann gibt es auf jeden fall noch weiter und weiter und weiter das video gesehen und dann haben wir auf jeden fall noch die ermittlung beginnt vielleicht gibt es wenigstens einen hinweis wenn dieser mann damit geht es weiter dann machen wir mit 31 weiter werden die story zu 36 durch und wie gesagt dann kommt noch der helden story so ist dann kommt natürlich noch die short story die jetzt nochmal 15 prozent schätze ich mal und ja wie gesagt wir haben noch einiges zu durchspielen ich hoffe ich würde sagen wir starten das jetzt erst einmal wir können diese runde mann kampf aber davor kommt erst mal wieder video so Was ist das? Ich werde noch ein paar Mal sehen. Hey! Du hast dich nicht geholfen und geholfen? Ah, das ist ein Herz. Ich werde nicht mit einem Behandlung. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. wir müssen kämpfen sehr schnell das ist eine sehr schnelle angriffsart auf damit ich mache die ganze Zeit gleich einen Scheiß ich kann die zweite Ult machen nein, ich hab die erste einen gesetzt egal oh, ich hab ihn sogar besiegt aber sehr schön sehr sehr schön klatsch da haben wir einen schönen klatscht ok, er wirft ihr mit den Stempeln ab oder was beim B ja gut der war auch nicht unbedingt gut gekämpft dass der Mann ... 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 Ich weiß nicht, was ich hier nicht verstehe. Es tut mir leid. Ich bin so gut. Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich es nicht verstehe. Ich habe hier. Was ist das? Ich liebe es auch. Ich bin auch. Ich habe mich nicht verstehe. so angriff auf feindliches gebiet damit geht es jetzt endlich los und das wird auf jeden fall schön interessant also ich fand diesen arg mega schön und wie gesagt die verdienen von euch noch mal empfehlen guckt euch diesen genialen anime an my hero and justice bei ihrer academia der geil und ja angriff auf ein feindliches gebiet jetzt weiß ich wo du bist dann warte auf mich ich werde nicht retten sondern ja wenn wir gleich mit herr eiser war kämpfen mit Ich bin der Fall, was ich hier? Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht mehr so mache. Ich werde mich mit dem Anruf ab. Hier ist es. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ich bin der Fall. Es ist ein Schraub? Nein, ich bin der Fall. Ich bin ein Schraub. Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht mehr so mache. komponente red k st sie müssen also sehr schön jetzt können wir ihnen erste gegner kämpfen mit herr eiser war ach war ich doch auch verdammt weiter der greift ja richtig so schön schnell an oder mit dem greifen trägt sehr schön langer kommen wir auch wieder in das spiel rein sehr schön erledigt erste game mitglied so muss das so muss das und spider-man wieder in action aber nur ein a okay 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 Das war's für heute. Diese Situation ist bereits in der Zeit geblieben. Diese Zeit ist bereit. Ich bin nur ein. Ich kann nur nur ein. Ich bitte mich. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. So, der, der sogar die Sonne verschlingt. Nachdem ich Felsgammon und die anderen weggeschickt hatte, wählte ich mich drei Yakuza. Meine Aufgabe ist... Punkt, Punkt, Punkt. Genau, das machen wir jetzt. Und dann seht ihr, da können wir auch das erste Mal mit ihnen hier kämpfen. Und darauf habe ich schon Bock. Das war's. Ich bin ein ganzes Wunscher. Ich bin ein ganzes Wunscher. Ich bin ein Mensch, den ich nicht wundere. Ich weiß nicht, was ich. Ich kann es wiederholen, und wenn ich wiederholen kann. Ich bin ein Wunscher. Ich kann es nicht aufwunden. Ich bin ein Wunscher. Ich bin ein Thun Eater. der spezialität ist halt wasser ist kann er halt sage ich jetzt mal so mehr oder weniger in den angriff verwandelt ihr seht ihr hier hat er krabbenarme und ist cool da haben wir so ein fisch gehabt wir haben wir wieder hinten fisch sondern stirbt unsere erste mit einer muschel verwandelt sehr schön mir gefällt dieses spiel sowas von das ist ein geniales spiel muss man einfach sagen geniale spiel ist doch wenn ihr das dann echt in der serie gesehen hätte tausend mal geiler sage ich jetzt mal oh ja jetzt kommt der nächste geniale kommt er war auch sowas von geil und ja speer und schild warum seht ihr es gleich aber wirklich sache hat dieser oberhard ist einfach gehen ja wie gesagt guckt euch bitte diesen anime an der es wirklich 1 und ja so wurde es von anderen getrennt was zur wir werden angegriffen ich bin stecksauer und das machen wir natürlich jetzt und wie gesagt da makiを信じ先へと進んだ俺たちやったが konkrii 入り込んでいる国道から基準を受けてしも ee 座をかまった俺とベッドライオットは別の部屋に飛ばされて 分断されてもーたんや 分断されてもーたんや 俺は思うんだ んかに銃や 破物 やどした力だけで殺し合うのがいいんだ わかるかな デッドライオットのダメージも相当 やるしかないなぁ 下手すりゃ死ぬが お前の腕が上がらなくなるのと 俺が耐えきれんくなるの どっちが先か oh ja cool es können wir gegen den kämpfen fett kam es wirklich ein genialer kämpfer sage ich jetzt mal wenn ihr gleich seine ulti sehen wollt oder sehen werdet sage ich jetzt mal vielleicht wird ihr gezeigt wir machen lassen uns mal sonst ein bisschen wir machen die erste und für die sorgen und ist es geschafft haben nein auch aber heute so roten arm kein fett kam hat auf jeden fall auch geile muss wie gesagt wir werden uns sowieso spätestens sobald wir das spiel komplett durch haben werde ich noch mal sage ich jetzt mal geht charakter im video zeigen wenn ihr das möchte vielleicht zeigt allen einen je nachdem wie ihr das möchte schreibt es doch mal gerne in die kommentare ja 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 Ich habe nicht geholfen. dieser held war eigentlich auch ganz cool soll er wollte einfach nur kämpfen über scheiß egal was da passiert ist hauptsache möchte kämpfen ist ganz lustig sogar aber naja so red hat gar nicht geschützt er muss es muss doch es muss doch etwas geben was ich jetzt tun kann wir werden erst natürlich noch weitermachen jetzt seht ihr seine wahrscheinlich seine fähigkeit kamaht 衝撃を受け切れてれはずなのに 何やってんだよ 強くなった気になって飛び出て 自慢の必殺技あっさり破られて 足でまといになっちまって oi oi kari saせんなよっている まだ倒れねえでくれよ やっと肩があったまってきたとこなんだがな 次行くぞ red warれたそばから kart another minutes d飯 2 4 weil er das spielt so ein geiles spiel so eine geile serie krass der zwei cooles moveset krass er kämpft ja übelst nice also bis jetzt muss ich sagen das zweitbeste spiel 2020 was gespielt habe auch mal ich hätte noch den plus ultra abschluss fast gehabt egal macht nix aber das ist so aus ist so nice ich freue mich so dieses spiel zu spielen es ist so ein geiles spiel so so Das ist das Wichtigste! Herr Kirshima, ich habe noch nicht gehört. Ich bin okay. Ich bin wieder. Aber ich habe auch noch nicht gehört. Das ist der Mann. Ich bin hier. Ich kann das nicht mehr so schnell aufbauen. Das ist ein Schlecht. Ich bin ein Schlecht. Ich habe das Schlecht. Ich möchte mich wieder einmal aufbauen. Ich bin das Schlecht. was ist so nice so jetzt kommt der auftritt der schurke liga und ja sie trennen uns das planen die wir müssen bereit für ihren nächsten schachzug sein und ja das machen wir da weiter und wie gesagt warum fett kam gerade wieder dünn geworden ist liegt daran fett kam fristigkeit fett sag ich jetzt mal und speicher sozusagen dieses ganze hat und ich sag mal so mit seiner fett schicht absorbiert er hat diese schläge die er bekommt oder die er die ihn treffen absorbiert er und nachdem er dann alle absorbiert hat ist dank jetzt mal verschwindet ihr auch das ganze fett dann mit der zeit und holt dann durch mit der ganzen energie die er dann dadurch gewonnen hat holt ihr damit zu einem finalen schlag aus wird dadurch aber auch dünn weil das ganze fett verbraucht ist sage ich jetzt mal und deswegen war er gerade wieder dünn ja gut ich wusste jetzt nicht wie ich das besser erklären konnte aber naja so ich jetzt sagen wir machen jetzt erstmal weiter ich weiß nicht Das war's für mich. Und noch, dass ich mich nicht anstrengen. Naito! Rock-Lock! Ich bin wieder aufgerissen. Ich bin wieder aufgerissen! Ich bin wieder aufgerissen! Rock-Lock! Was ist das? Hey! Ich habe mich verletzt. 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 Ich habe mich mit ihm dabei. Ich habe mich für einenotesen Verletz, mit mir, Ich habe mich aufgerissen. Ich bin ein Filmmaker. Ich bin ein Originer. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ohne Witz, das ist die hübscheste Waifu, oder Schurken-Waifu, die ich bisher in einem Videospiel gesehen habe. Himiko Toga ist wirklich so eine Bomben. Ich weiß nicht, wie finde ich die mega Null ist. Oh, 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 please stop. Oh, ich hab mal ausgewichen. Nein, stopp. Oh, ich hab mal. Okay. jetzt haben wir zwei jahr gut gemacht von der eise war auch cooler move aber sowas war cooler move das ist wirklich so ein geniales spiel da wurde das wieder sensiert dass man sie nicht ohne irgendwas vor sieht sage ich jetzt mal so ganz schade und machen wir noch weiter und wie gesagt ursprung des lebenden labyrinth damit hatte ich nicht gerechnet natürlich war das unerwartet allein die vorstellung dass sie sich zusammentun würden das passiert würde ich mal so war und ja mal da geht das姿を見せて ich mei q doch ein kogも早く合流を図らなければならない そんな中予想外の敵との対忍 Was? Der hat doch gerade seine Arme gebrochen, jetzt habe ich das, hä? Auf jeden Fall müssen wir diesmal gegen diesen Deadpool Fake, ah ne müssen wir gar nicht. Dazu müssen wir jetzt gegen diesen Deadpool Fake kämpfen. Verdammt. Oh Mann. Vor allem, dass ich weiß nie, wann ich direkt ausweichen muss. So, zack, wir haben gleich das S voll, das ist schon mal gut. Aua. Hä? Nein, du sollst doch, ach du Eselkopf. Nein, Aua. Ich wollte doch die Ulti machen, du blöd, Mann. Egal. Das hat das Problem für die ganze Zeit versucht diese blöden Ultis zu machen. Aber, ja, deswegen spiele ich auch so blöd, sage ich jetzt mal. Ja, nee, das war wirklich schlecht. Ja, ja. Du willst unsere Treib Seasonce 흘러 backen. Ich bin ein Schuss structures strat Ich bin ein Schuss, oder? So wird es ένα mal über año gehen. Nein, ich bin ein Schuss dazu. Das ist ein Schuss, keine Schuss. Ich glaube, es ist ein Problem. das ist so schön gut wie er hat ihn gefunden also shizaki dann würde ich sage machen wir den kampf gegen overhaul machen wir im nächsten part würde ich mal so sagen aber das ist so in ja genau so würde ich sagen und ja ich hoffe es hat euch gefallen und ja wir sehen uns beim nächsten mal auf jeden fall wieder wenn wir zu overhaul gehen in den Arsch treten und ja bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag haut rein bis zum nächsten mal